Hey, meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Fortnite OG auf der alten Map mit den alten Waffen zusammen mit Elina und Gambo. Moini! Also ich sehe zwei Teams. Ich bin so bloß. Ich bin alleine in einem Haus drinne. Ich mag... Ich bin in so einem Café, Leute. Komm bitte ins Café. Wow. Ich habe eine Shotgun. Der hat eine Mauer vor mein Gesicht gestellt. Wird der nicht sterben, Leute? Oh mein Gott, ich habe so eine... Leute, Hilfe! Ich bin tot. Meine Freunde haben mich im Stich gerettet. Der trägt dich! Ben, mach die weg! Wie ist das? Wie komme ich hier runter ohne Schaden? Junge, du hast heute eine coole Waffe. Eine Fungrohle. Ja, aber ich meine, wir sind... Er wurde mir abgestaubt. Er hat mich von hinten. Komm, Elina, wir müssen Gambo öppen. Mann, der blockt mich. Hab ihn, hab da ab einen. Hier ist doch ein Sogoku, Bruder! Bah, weil ich besser bin. Du bist so gehatet. Das war Vegeta. Achso. Aber da lebt noch jemand. Da lebt noch jemand. Ding Dong, ding Dong. Lebt noch jemand. Gambo, bist du tot? Ne, ne. Hallo? Ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich habe deine Karte. Gambo, lebst du noch? Naja. Ich habe zwei Schilde, Ben. Nienis. Die große. Da kommt einer. Oder? Elina, du hast dir den in der Hand. Ich will den. Achso, nee, dem selbst. Das brauchst du gar nichts. Wir haben beide Essen. Ne, aber nimm eher Spar. Wir haben eh keine Gegner mehr hier. Nimm erst Mini. Ja, sie hat ihn schon gesoffen, Alter. Wenn ich so sinnlos bin. Ich weile. Du musst Gambo. Kann ich dich auch wiederbeleben? Ja, ne? Ja, klar. Doch nicht beide, Elina. Was denn? Ja, vielleicht kriegen wir jetzt keine Biggies mehr. Minis kriegst du immer. Doch. Hab da ganz viele gesehen. Junge Feibi, ey. Der zieht dich wieder Roman. Faust ist der Tragödie, zweiter Teil. Schüsse, ne? Ah, da, ja. Ich seh's. Er ist nur down, er ist nur down. Ah, da ist der andere. Ich kann nicht markieren, hab die Taste nicht gewandelt. Hab ihn, aber auch nur down. Verdammt, ich hab ein Medkit. Ja, Kiste. Ah, der schießt auf mich. Ja, ich hab ihn gleich. Ich liebe die Farmers auch nur down. Hä? Die haben nicht zusammengehört. Boah, das ist ja hier. Nein, Benson. Nur gefällig. Ich hab'n Lama. Was? Echt? Ja. Da kommt sein Kollege. Da. Da du. Aber wir sind weiter links. Abin. Alter, das ist so geil, wie die platzen, Alter. Dann fliegt der ganze Lüge rum. Ja, das ist so geil, Mann. Das ist eine richtige Gaming-Experience, Mann. Ein Salama. Boah, ich hab'n Jumppad. Jetzt kann ich euch das mal zeigen. Ich hab' Minis. Echt? Ja. Und? Hab' den Biggie. Oh, ihr war schon gelootet, Leute. Hab' den Biggie gehabt. Ich hab' hier'n Biggie. Echt? Ja, hier. Was sagst du jetzt? Ich dachte, das ist safe. Du sagst, nee. Doch. Wir haben wohl. Ja, Elina hat's geklaut. Was kann ich denn dafür? Elina, gib. Gib mir bitte. Dafür musst du mich erst mal finden. Also jetzt nur fürs Protokoll. Du weißt, dass ich dein Nabter drüber sehe, oder? Scheiße. Abo. Oh, was geht's? Hahaha. Wie du die Guckchen gemacht hast. Hier. Die Guckchen? Ja. Wir können riften, Leute. Leute, schaut mal. Wollt ihr das nicht? Nee, einer muss das mitnehmen. Ich hab' keinen Platz. Ich hab' die Taschen-Rifts. Ich hab'n Taschen-Rifts. Oh mein Gott, ich hab's aktiviert. Ja, dann rein da. Ab zur Retail-Road. Nee, ich bin jetzt wieder runterge... Och, Leute. Nee, Salty Springs. Das ist Salty Springs. Das ist mein Zimmer. Hey, zeig mal. Junge. Wow. Ich hab'n Rift. Äh, was geht ab? Ey. Ist das deine Kiste? Oh, ein Schack-Schack. Geil. Ich hasse dich wirklich. Junge, bist du asozial. Ist das ein asozialer Wurz. Schüsse? 110. Oh mein Gott. Komm, Leute, komm, 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 komm. 110. Komm, 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 komm. Naja, bei dem weißen Hauskloß. Wo ist rot? Ich seh' rot nicht. Ich bin blau. Ich bin weiß. Du bist rot. Achso. Nein, ich bin nur bei mir weiß. Stimmt. Ich bin rot. Ich bin unterwegs, Freunde. Was ist denn Kloß im Haus? Boah, hier sind 100 Leute. Oh mein Gott, komm, komm. Ich hab zwei Augen. Oh, fuck. Der kommt von hinten. Oh, wir sollten uns anderen fahren. Ich hab' noch einen dauernd. Ja, aber da kommen noch mehr. Ich hab' noch von der Seite. Hm, Boden. Da, von da kamen sie. Da kommen sie. Ich bin nur noch 8. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Könnt ihr mal markieren. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. War der Vincent down, ne? Nee. Da haben wir ein bisschen schon draufgewollert. Achso. Also habt ihr gefinisht? Achso, achso. Nein, nein, sorry. Hier ist eine Rock. Hab schon eine. Dann. Oh. Ah, ich seh's. Ein 40er Hit. Baller kaputt. Oh, Gambo, ich würd' da nicht reingehen. So spät. Weil wir sind da anders nicht dran. Ich heim' nicht mal. Ich nicht. Gambo. Ach, locker ist der Typ Solo hier bei mir, der mich angegriffen hat. Wo ist hier? Oh, der ist. Oh, okay, ich hab ihn. Er ist aber nur down. Richtig stark, wenn weiter so. Scheiße. Oh mein Gott. Das ist total hell. Ich bin schon. Hast du auch geknzt? Der hat gesessen, Digga. Junge, Ben schwitzt so. Oh, ne Witz. Junge, Ben ist das respektlos. Ich hatte es nicht mehr, nicht mehr mit den Freunde zu sein. Setzt euch nieder, Alter. Nice, 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 nice. Digga, der macht sich unsterblich gerade. Oh, shit, oh, shit. Der bläht halt seine Kollegen jetzt wieder, ne? Ja. Und? Das ist krank. Was muss ich hier sehen? Nein, nein, Empi-Walle. Der mit der Energie trifft ja keinen Schuss. Wow, das war professionell. Hinter mir, Leute. Boah, ja, jubi. Wann hab ich? Du machst ihn, Edina, stark. Das ist ja Gift. Scheiße. Junge, Ben, ich bin tot. Ich dachte, das ist Nebel. Aber ist tatsächlich geil, Alter. Das benutze ich. Jetzt wurde der Loot-Drop schon geholt. Nee, doch nicht. Kann hin noch. Das ist doch. Hast du den Saufguck schon da hinten geholt? Ich versuche, den zu finden. Müsste irgendwo... Der Bruder, hast du nicht eingebaut, oder? Ach, nee. Der ist hier, da. Aber ich brauch den ja eigentlich gar nicht. Ich behalte meine Gift-Granadas. Ich bin so stark. Du brauchst mehr Materialien, damit ihr dann im Vollkreis nicht bauen könnt. Wenn ja nie. Mach dich nicht wirklich dieses Fortnite-Suchte hier über mir. Ist echt so, ey. Ich habe ziemlich Respekt vor der Art, aber ich bin in der Gesellschaft. 2016 bin ich nur auf Arbeiten gegangen. Ich auch, als YouTuber. 2016 war ich in der 8. Klasse. Scheiß. Scheiß. Das stimmt vor, dort hinten ist. 2016 habe ich meine Ausbildung schon angefangen. Ich habe es viermal hängen geblieben. Junge. Da glitzert es. Schlüsse, NW. Soll ich mir eine Maschinenpistole holen, die blau ist? Ja, ja, stimmt. Das ist ein Sturmgewehr. So, wenn ich schon an seine Stürme. Kommen wir da hin? Absturmen? Ja. Okay. Ist wahrscheinlich da oben in dem Café. Vor uns closed. Ich habe einen genockt. Da hinten. Rechts noch einer. Habe ich auch. Feueramt hier. Ciao, ciao, euer Benson. Ciao. Du sagst es sogar falsch. Euer Benson, ciao. Heißt nicht, ciao, ciao, euer Benson. Das ist mein Spruch, ich kann es ja auch sagen. Nein, nein, nein. Der gehört schon lange nicht mehr dir. Ich mache das nämlich regelmäßig in meinen Videos. Dann könnt ihr gesellschaften. Junge. Ihr macht das wirklich, ne? Letzten drei KI-Videos immer. Ich habe letztens Hey meiner Rabauken gesagt. Lama schon wieder. Wow. Alter. Da kann man so viel Glück haben. I love llamas. Wow. Cool. Da waren Minis, falls ihr braucht. Ich habe einen Wiggy. Können wir das abchecken? Da sind immer welche. Aber wir sind doch bei Tilted. Achso. Na gut. Oder? Egal. Tilted ist aber halt High Risiko. Nur mal kurz gucken. Kurz mal Dusch an. Bitte. Mal gucken. Hahaha. Junge, egal wo. Ben, hör auf. Hey, man kann doch voll. Du Dreckiger. Ciao, ciao, euer Benzer. Ben, hör auf, das mal so falsch zu sein. Leute, hier ist jemand. Hier ist jemand. Ganz weit weg. Aber ich habe hier einen roten Punkt. Das ist 275. Komme. An das Schild. Ab und down. Attacke. Mit der Rocket, let's go. Hier, wobei. Wobei, kommt dann eben. Stark. Merft ihm noch ein bisschen mit der Rocket. Ich komme. Also einer liegt hier noch down. Ich baue den. Hey, da schießt man auf mich. Warte, ich höre was. Ja, ich habe jemanden gefehlt. Hier wurde auf mich geschossen. Äh, ja, ja, ja. Ähm, 160. Kommen drei Leute. 160. Oh shit. Wir haben einen Sniper aufgerissen. An das links an den Stein. Der Schild-Break. Links an den Stein. One shot. Voll der Rundschot, Elina. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Nice. Alter, die schießen mit irgendwas krankem auf den Weg. Oh, mach's gut. Ich hab's 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 gut. Er ist hinter dem Building dran. Ja. Attacke. Oh, Elina mit dem Movement. Ja, Mann. Fetz ihn, Gambo, los. Ich hab ihm acht Schaden gemacht. Der Arme, Alter, wirklich. Ich hab einen Rift. Aber ich hab keinen Platz. Aber wir können riften und dann nehme ich auf einfach. Oh, schaffe ich das? Dann nimmst du auf. Ja, man kann, nachdem man geriftet ist, wieder ein Album aufnehmen. Zumindest ging das damals. Dann landen wir bei Tilted, Leute. Let's go. Boah, wie du voll ready bist. Du hast da voll die riesen Kanonen unter deinem Arm. Oh-oh. Das hat nicht geklappt. Ähm, soll ich dir gehen? Nee, ich kann einfach wieder landen und nochmal reinspringen. So ein Ding. Nein, es geht zeitlich nicht auf. Nein, Ben. Egal, ich laufe einfach hin. Gambo kämpft. Wow. Ah, ja, ja. Aber ich glaube, er schießt auch gut mit dem Auto. Oh, ich hab so einen dummen Schaden bekommen. Ähm, war ja nicht ein Lagerfeuer immer? Doch, hier. Alter, was ich für ein Gedächtnis hab? Hier. OG. Oh, das kann man anmachen? Natürlich. Nicht reinstellen, ich kriege Schaden. Ah! Ich hab noch einen Chuggedy-Chugwag. Soll ich den eintauschen? Ja, nee, Gambo soll den mal trinken. Rein damit. Junge, der ist so mächtig. Hm. Der schmeckt mir. Boah. Die fahren da hinten immer noch mit dem Blöden aus. Nee, nee, zwei sind im Wasser an dem Metall gebaut. Hast du gerade eine Treppe für mich gebaut? Nee, für mich, aber du bist zufällig doch hingelaufen. Pass auf, ey. Oh, jetzt ein Riff. Oh, Edina, willst du dich pushen so vor? Nee. Bau doch, Edina, die kämpften da drin. Der eine, äh, geil, äh, geil, äh, nee, was ist geil? Oh, warte, warte, warte. Seilwindet, wenn ich wollte ich nicht sagen. Sind beide safe da weggefahren. Weggewindet. Einer war hinterm Baum kam da, ich hab ihn angekossen. Ja, hier sind Holzteile, das eine. Einer pusht, einer pusht bei euch. One shot an dem Holz. Boah, ich hab nen dicken gepressiert, ne? Ich hab da den Metall, ja, den Metall kämpft auch einer, ne? Zwei bei Holz, einer. Wow, 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 wow. Ich hab richtig einen auf den Dickel bekommen. Oh, die haben die Rocket, Alter, ich dachte, du bist du. Nee. Ui, Leute. Wollen wir raus aus dem Wasser? Na, hauptsache, wir werden nicht von hinten hergegangen. Ja, lass zur Zone einfach. Ich hab Probleme. Gambo, Alter, ist los bei dir? Ich nicht. Elina zieht so ab, Alter, die hat dich so verkauft, Gabbo. Krass. Boah, einer ist so One-Shot von dem. Elina, du musst ja kommen, wenn ich falte. Ich hab 16 HP, ich kann das alles nicht mehr. Ist die bei dir close? Ja, ja. Was, wenn ich auf die Fliege, bist du dann tot? Der ist ja noch close, Elina, what the hell? Den hab ich nicht gesehen. Ab ihn. Der hat irgendwas Goldenes. Ah, Granatwerfer, so eine Granatwerfer. Jo, so eine Krone hat der. Was macht die mit mir? Aber der lebt, also einer lebt noch, ne? Ja, ich guck mir das. Ich muss den finishen. Boah, ich hab 10. Da drüben ist er. Kein Problem, ich hab das. Der Zone, ne? Pfeif braucht. Das hat Pfeif jetzt noch mit zu tun. Mau! Jetzt schlang ich mal die Maut, ey. Ja, der musste nur auf Klo. Das hat er ja angekündigt. Jojo, mach den. Noch 8 Leute. Das heißt noch, naja, nur noch ein volles Team. Ah, der Berg ist natürlich drin. Wollen wir die pushen da rum? Haben wir einen Jump Pad? Dann hat er sich einen Jump Pad? Nee. Rift oder irgendwas? Kann ich den Looter angucken? Da ist ein Rift, lol. Da warte, da ist jemand. Pass auf. Das bauen wir jetzt. Aber wenn, da links sind auch welche. Ja, ich würde die oben pushen, eigentlich muss ich sagen. Aber lass doch erstmal so einen Kambo aus. Aber wir haben eine scheiß Projekte. Der Sniper auf Kambo-Mambo. Die von oben, oder was? Ja. Feitet der gegen den? Hinter uns auch noch. Wir sind anders in der Bredouille. Echt nicht? Wir müssen das anders schwitzen, um das Wort zu sagen. Nein, ich bin tot. Ich hab einen oben. Ich hab auch reingekillt. Du lebst noch. Ja. Aber ich bin überrascht. Hab den letzten oben. Der wollte im Dark-Kampf rippen. Ich muss kurz heilen. Ich war fast tot. Leute, drei gegen einen jetzt. Erst mal reinscheißen. Ja, das ist der, der euch von hinten angegriffen hat, der letzte. Ist der ja nicht da, wo ihr markiert? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo. Ja, der ist da noch. 26, ja, drei. Älpischer. 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 Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Mich würde es sehr, sehr freuen. Abonniert auch den Kanal kostenlos. Haut rein, euer Benson. Ciao.